Hallo und da bin ich komm zu einer weiteren Folge-Animation Thriller und mit mir nehmen wir gleich. Jo, und wir machen mal wieder Daily Combo Recipe oder Daily Shop News. So, wir beginnen jetzt erstmal mit Kommentar. So, da haben wir... Fangen wir so an. Maxi Max. Meiner Meinung nach, Futurama, Fry und Bender sind wie Lila und Farnsworth hat verdammt stark, können aber auch gut supporten. Während Amy und Seudberg, meint er, damit eher defensiv sind, können wir trotzdem Killer werden können. Ja, damit kommen wir nochmal auf eine Frage zurück, die ich in dem Video gestern beantworten sollte. Oder was er mich gefragt hat. Welche Serie, welche Charaktere einer einzigen Serie wohl am stärksten wären. Also insgesamt gesehen. Haben wir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Und das kommt jetzt einfach meiner Meinung nach darauf an. Ja, ob ihr Pay-to-Win-Spieler seid oder ob ihr ihr Spieler seid, die sich alles erarbeiten. Also, ist immer so. Klar. Man hat einen Bender bei Futurama. Und man hat den Fry. Sind beide natürlich extrem stark. Dann haben wir nach unten bei Futurama hier die Dr. Amy Wong. So, das sind erstmal die drei Leggies, die man so bekommen kann. Also Dr. Amy Wong natürlich momentan ziemlich stark, wenn man sich das Ganze hier überlegt. Mit der Flügelmutter Amy, die ja jetzt auch mit dabei ist. Ist aber, ja, jetzt nicht, also, ja, ich würde sie jetzt nicht als höchste Priorität einstufen. Aber sie ist stark. So, dann haben wir einen Fry, der natürlich schon mega stark ist. Hier haben wir den Claw Plash Fry zum Beispiel. Dann haben wir hier den Peplar Jingle Fry. Another Lousy Millennium. Hier ist Suhr Surfer Fry. Mega stark. Fry-Doh. Stark. Also alles, also sind echt ziemlich starke Kombos. Prey on Army Fry. Buff Fry. Hier, super Tanz-Trupp, super Dance-Trupp, äh, Squat, super Dance-Trupp, sag ich hier so. Gefrierbrand, ja. Also da sind schon auf jeden Fall Dinger dabei, die ziemlich, ziemlich stark sind. Wenn man am Anfang ist noch hier, das Lurm Loco. Den habe ich in der Anfangszeit gerne gespielt. Ist auch ziemlich cool. Ähm, ja, sind auf jeden Fall mega starke Kombos dabei. Hier. Fry im Roboter-Kostüm. Halt dein Maul und nimm mein Geld. Fry-Kofsky. Also, Fry mega stark. Und dann natürlich haben wir noch den, den Bender, ne. Bender Stucklings extrem stark. Bending School Grids sehr stark. Suhr-Surfer-Bender mega stark, ja. Ja, also das sind hier Rod Rodriguez to Real. Kann man mal versuchen, einen First-Hit zu schaffen. Zeit für hartes Gesurf. Sehr, sehr stark, ja. Roboter-Verbindung, auch ne, ne Kombo, mit der man unter Umständen einen First-Hit hinbekommt. Bender-Boy zum Eilen. Baby-Bender zum Runter-Crippeln. Straßenräuber-Bender, wenn man Leben irgendwo das mal sichern will. Assassin-Bender. Für einen schnellen, starken Angriff. Das sind natürlich schon ziemlich coole Kombos. Ähm, gehen wir mal in die sagenhaften Objekte rein. Dann kommt der Seutberg, der meiner Meinung nach momentan wirklich eigentlich der stärkste ist. Was ich so gesehen habe, an Kombos, was da machbar ist, ist unfassbar. Sniper Seutberg ist mega brutal. Bin ich jetzt schon ein paar Mal leider Gottes drauf getroffen. Sheehan Seutberg. Viel Gas. Alter Faller. Hijack. Dann haben wir hier Mission-Doktor. Er ist auch übelst hier. Dancing Cans. Also das Vieh. Also, ich sag mal so, wenn der Moment, wo der Dr. Seutberg am Stüssel ist, hier Down to the Bane, ist eigentlich das Match rum. Also, so ging es mir fast immer. Kaum ist der Dr. Seutberg irgendwie kombiniert worden, war eigentlich Feierabend. Ja, wenn es ein Klaublech war, war natürlich ziemlich krank gewesen. Hm. Das sind schon echt üble, üble, üble Kombos. Also, aber wer hat einen Seutberg? Wer hat einen Seutberg? So, das ist die nächste Frage. Also, das sind dann eher die Pay-to-Win-Spieler, die in Seutberg kamen. So, dann haben wir eine Lina. Die ist allerdings in der Lage, auch mal hier tatsächlich mit der einäugigen Ballkanone beispielsweise einen First-Hit zu landen. Ja, Space Honey. Das ist ziemlich stark. Also, First-Hit ist ja eigentlich das Non-Plus-Ultra. Du spielst eine Kombo aus und in dem Moment ist das Match gelaufen, weil danach baust du dann nur noch nebendran Karten, die Punch haben oder sowas. Und dann passiert überhaupt nichts mehr. Babysitter, Lina. Deswegen bin ich eigentlich immer auf solche First-Hit-Kombos aus. Und da habe ich jetzt hier bei Futurama Cuts. Ist auch eine geile Kombo. Spiel ich sehr gerne. Lila Balloon Art spiele ich auch sehr gerne. Das sind natürlich, also mit meinem ersten Count, ne? Action Delivery Force. Lila, sehr, 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 sehr starke Kombos. Sehr, sehr starke Kombos. Also, Lila ist, Smithic Lila ist echt ein absolutes Monster. Die kann man natürlich auch ganz normal aus, denn hier, perfekt symmetrische Gewalt. Hier, Testament einer Hausfrau, Will of a Housewife, mega krank. Die kann man natürlich auch ganz normal über die Super-Epic-Packs bekommen. So habe ich sie ja bekommen, die Lila. Klopparella, mega stark. Das heißt, die ist farmbar. Flügelmutter Lila. Muss man natürlich Glück haben. Es hat bei mir Ewigkeiten gedauert, bis ich mal endlich mal ne Mythic rausgezogen hatte. Hier auch wieder eine Kombo Pinguin-Konservator, die in First-Hit landen kann. Aber es ist halt schwierig, ranzukommen. Aber mit Glück schafft man es. Ich habe es ja zweimal gekriegt bei meinem ersten Count. Das heißt, ich habe die hier irgendwo auf Level 2, 3, 4, 5, auf Level 5. Ja, dann haben wir hier noch den Farnsworth. Der ist nicht farmbar. So. Er hat natürlich auch mega kranke Kombos. Hier, Scientific Rivals. Brutal. Echt krank. Das sind schon... Hier haben wir den Doomsday Surplus. Brutal. Coach Farnsworth. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Aber wie gesagt, also zum richtigen First-Hitten bei Futurama brauchst du eigentlich diese Mythics hier. Ja, also mit den normalen Legis ist ein First-Hit schwer machbar. Die kommen zwar alle in Fahrt. Ja, also du kannst mit dem Bänder... Mit dem Bänder kannst du dein Spiel aufbauen. Du kannst natürlich auch hier hinten mit dem Fry. Kannst du durchgedehntestes Craze, ja, kannst du halt richtig stark werden, ja. Und zerstörst dann auch alles, klar. Aber das dauert dann ein paar Runden, bis die erstmal in Fahrt sind, ja. Deswegen, sage ich mal, für Pay-to-Win-Spieler selbstverständlich ist Futurama... Futurama, gebe ich dir jetzt recht, Futurama ist für Pay-to-Win-Spieler, die sich das hier leisten können. Professor Farnsworth sich zu holen in Seutberg. Und wenn sie mal da ist, die Lila, dann ist das natürlich das Nonplusultra. Ha? Futurama aktuell. Als Seriencharakter. Also wenn man wirklich jetzt rein auf die Serie geht. Ich habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht, wieder eine Frage. Ich komme allerdings zu einem etwas anderen Schluss. Und das erkläre ich dir jetzt auch. Also für mich ist momentan tatsächlich, also für die Leute, die jetzt nicht Pay-to-Win sind, ist momentan Bob's Burgers eigentlich das Beste, was du haben kannst. Ich meine selbstverständlich, ohne Frage. Ja, ein Hank Hill ist hammerhart, ja. Ein Bobby ist hammerhart, die sind richtig krank. Aber das sind halt zwei Karten, ne. So, und ich erkläre euch jetzt mal, warum ich mich jetzt für Bob's Burgers entschieden habe. Den Bob konnte man in dem Swirl Club bekommen. Werden auch die meisten von uns schon irgendwo haben, ja. Und ein Bob beispielsweise hat auch Möglichkeiten. Gut, jetzt nicht unbedingt mit dem Home-Act-Teacher. Da ist es schwer, den First-Hit hinzubekommen mit gerade mal etwas über 30 Startangriff. Hier Christmas Punch-Out. Da wird es dann schon interessanter. Da kommen wir schon Richtung 40. Hip-Hop-Bob ist eine mega kranke Kombo. Die spiele ich auch sehr gerne. Ja, hab hier aber auch die Möglichkeit, mit Gas zu arbeiten. Der schmierige Skidutsch. Im Normalfall kannst du auch da mit einem First-Hit landen. Hier nackt Seil ziehen ist natürlich eine Karte. Oder hier Bandit Bob. Bandit Bob, der haut halt richtig rein. Ja, also da habe ich auch, glaube ich, fast 40 Angriff gleich beim ersten Mal, ja. Ähm, wie schütze ich jetzt? Hier ist Jude und Lucky. Das sind fast 50 sogar. Ähm, dann habe ich natürlich diverse Kombos, mit denen ich heilen kann. Ja. Und Annalen stellt, selbstverständlich, ja. Das sind natürlich alles Kombos. Die sind ziemlich geil. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir den Eugene Belcher. Hm? Eugene Belcher, der, ähm, hier auch mit dem Gaga-Ball ganz gute Kombos macht. Hier One-Man-Musical, Chef-Cat-Monkeys und so weiter und so fort. Hier der Diorama-Jean, der auch unter Umständen, ähm, am Anfang ausgespielt, schon gleich das Match entscheidet. Mit über 40 Angriff, ja. Ähm, sieht jetzt hier nicht so aus, als hätte er so viel. Aber wenn die Karten, äh, die Schule-Karten schon Quad-Fiest sind, dann haut das Ding richtig, richtig rein. Und dann kannst du auch damit noch heilen. Ja. Ähm. Gehen wir hier beide durch. Ja, da kommen jetzt wieder fast alle. Also, dieses Two-Bud-Goat ist auch mega stark. Die Gasattacke ist übel. Dann haben wir hier diesen Balloon-Sniper. Ja. Das Ding, das kann schon auf jeden Fall was. Ja, das kann schon auf jeden Fall was. So. Ähm. Jetzt sind wir wieder beim Gaga-Ball. Okay. Wiederholt sich jetzt fast alles. So, dann haben wir als nächstes die Louise. Die Louise ist auch farmbar. Also, sag ich mal, wie jetzt die Lina. Bei Futurama kann man, habe ich die Louise, äh, über, äh, super Epic-Packs bekommen. Und die Louise ist natürlich auch. Hier fahrts gut Louise mit viel Gas. Da Princess Little Piddles ist auch mit viel Gas. Dann haben wir hier diesen Christmas Trap. Das ist ganz, ganz gut. Äh, diese Fighter-Louise ist stark. Ja, Mock-Trial-Louise ist gut. Dann haben wir, ah, hier natürlich Freezer-Dom-Louise. Auch nicht schlecht. Hier die Dodgeball-Louise, wenn die erstmal in Fahrt kommt. Fieber-Träume. Mega starke Kombo. Oh, Boraboo-Edict. Also, da, 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 da sind schon mega geile Kombos auch mit dabei, auch bei der Louise. Da hätten wir schon Karte Nummer 3. Und da, gut. Bob, wie gesagt, ähm, über den Swole Club möglich gewesen. Die hier ist farmbar, ja. So, dann gehen wir mal... Oh, ist schon stark hier. Also, da muss ich echt gucken, dass ich mal, dass ich da mal was für bekomme. So, okay. Ähm, auch immer mal interessant in die Kombos reinzuschauen, zu sehen. Mieten wir in Skulptur. Also, was gibt's da eigentlich inzwischen Neues und sollte man da irgendwas erforschen? Damit wären wir bei Karte 3 jetzt hier, die relativ stark ist. Dann kommen wir natürlich zu einer meiner Favorites. Das ist die Tina. Das ist Kombo Nummer 4, beziehungsweise Karakter Nummer 4. Äh, Aya Mona. Natürlich eine mega geile Kombo, ja. Balloon Fight ist jetzt nicht ganz so mega stark, aber auch schon ganz gut. Chef Cat Binge ist stark. Tina Tackle, Butt-Toucher Tina ist stark. Dann haben wir hier die Working Girl Tina, die crippelt bei mir, glaube ich, 12 oder 13-fach All runter. Äh, Horse Rider Tina ist, wenn die in Fahrt kommt. Hier Sexy Tanzkampf war stark. Künstlerin Tina. Haut rein. Gut, hier ist Ballmädchen spiel ich immer mal ganz gerne, um einen richtigen Push nach rechts oder links zu bekommen. Schlimme Tina, haut richtig rein, wenn die in Fahrt kommt. Absolutes Monster. Unter Umständen auf 1 gespielt, schon gleich das Spiel entschieden. Der Baum zum Heilen, ja, auch extrem cool. Yacht Club macht, kribbelt bei mir 10-fach All runter. Der Baumgartner, Equestronauten. Also Tina ist absoluter Oberhammer, also die Karte. Und jetzt, die schlimme Tina ist ja jetzt auch noch addicted. Kommt ja noch mit hinzu. Ja, also, das ist schon sehr, 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 sehr stark. Damit hätten wir jetzt schon 1, 2, 3, 4 hier oben. Ja, hier haben wir ins Inventar rein. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas, äh, Bobs Burgers. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier noch irgendwas habe. Eugene Belcher. Ja, die Linda Belcher finde ich jetzt nicht wirklich so prickelnd. Da brauchen wir gar nicht erst reinzugehen. Und dann haben wir noch den Teddy hier hinten, bei Bobs Burgers. Das ist natürlich jetzt eine nicht farmbare Karte. Aber auch der, wenn ich mir das angucke, Burger Addict Teddy, ja, brutal. Echt brutal. Echt brutal. Der haut rein. Hier auch mal ein bisschen Defensive. Ähm, Sharkkiller. Äh, Teddy's Pigeon ist auch wieder defensiv. Der olympische Hammerwerfer, der ist mit Sicherheit auch ein absolutes Mördervieh. 1717. Ich möchte nicht wissen, wenn, wenn da, ähm, Longstick with Sharprock Quad Fused ist. Was der dann da raushaut. Läuferschlauch. Okay. Hm. Ähm, das sind schon hier natürlich monströse Gasattacke, Braumeister Teddy, ne. So. Das sind schon auch geile Karten, ne. Natürlich muss man dazu sagen, Teddy ist halt eine Karte wiederum, die man ähnlich wie jetzt hier da den Dr. Seidberg oder eben hier den Professor Farnsworth nicht einfach so bekommt. Ähm, letzten Endes für die Leute, die eben den Bob bereits haben, die sich den erfahren konnten, äh, im Swole Club ist definitiv, ähm, meiner Meinung nach Bobs Burgers die bessere Wahl oder die, äh, die bevorzugte Wahl. Also, ansonsten für Pay-to-Win-Spieler natürlich Futurama, absolut, ja. So, ja, dann, ich hoffe, ich konnte da jetzt einigermaßen auf die Frage eingehen, ähm, hab die umfangreich geklärt. Dann gehen wir mal in den nächsten Kommentar rein. Einen haben wir noch. Und das ist dieser hier. Ich finde, dass du voll cool bist und nett und ich hoffe, dass du das Spiel weiterspielst. Also, das kommt von Pet 2003. Vielen, vielen Dank, Pet 2003. Ähm, Dankeschön dafür. Naja, muss ja irgendwie ein bisschen nett sein. Äh, sofort würde wahrscheinlich was anderes sagen. Nein, Quatsch, würde er hoffentlich nicht. Ähm, ja, selbstverständlich spiele ich das Spiel weiter. Zwei Jahre lang mit dabei, ähm, mit, ich glaub, also, was jetzt Animations Rowdown anbelangt, gibt's jetzt im deutschsprachigen Raum nicht mehr ganz so viele, wie das noch auf YouTube machen. Und, ähm, klar bleib ich mit dabei. Keine Sorge. So, dann geht's jetzt los. Dann sind wir jetzt mal hier bei, geht's wieder los mit der Mom's Old Fashion Mystery Box. Da ist wieder ein Stewie am Start. Und dann haben wir hier im, gehen wir in den Shop rein, schauen wir mal, was da so Sache ist. Da haben wir den Boomhauer momentan. Ja, der, äh, hier in Eugene Welch, über den wir gerade gesprochen haben. Totally King, Atta Tennis. Ist schon echt nice. Die neue Wingnut Box ist mit hinzug bekommen. Da haben wir natürlich eine mega geile Kombo. Die Flügelmutter Lila gibt's natürlich eine Pre-Kombo. Ähm, die ist mega fett. Gut, sag mal so, wenn die jetzt noch nicht fused ist, ist sie natürlich nicht ganz so stark. Aber sie entwickelt dann hier ihre Kräfte. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ähm, wenn ich die Werte hier so sehe, ja, muss ich sie schon fused haben. Und selbst dann wird's erst später interessant. So, ähm, ja, die Pre-Kombos ist zwar schön und gut, man kann sie gleich ausspielen, aber ich kombiniere lieber, ich habe eh nicht so viel, ich habe eh keine Pre-Kombos, großartig. Und dann sind die natürlich deutlich viel stärker. Dann haben wir hier den Baked Evil Monkey. Hatten wir ja schon mal gezeigt. Hier, Adderall's Dewey, Internet Pornos, Antipod PSA, okay. Shoplift Addict, Cigarette Addicts. Auch schon wieder sehr stark. Geile Karte, sieht witzig aus. Cool. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier noch alles. Junkfood Klaus, Crack-süchtiger Stan, das ist natürlich auch ein Megahübel. Eine Burger Addict Teddy. Den haben wir eben mal auch gesprochen. Burger Boss Bob, auch wieder so eine Kombo. Burger Boss Bob ist natürlich übel. Gerade Bob hat hier Bar, äh, Boroboo Addict. Boah. Also, äh, das sieht jetzt schon krank aus. Ja, ich möchte nicht wissen, was dabei rauskommt, wenn man den vielleicht noch gefused hat oder so. Hm, Creepy Farnsworth. Flügelmutter Amy. Ja, also schon mega geil. Butter Toffees wird es ähnlich aussehen. Das ist ja auch, sind ja auch Drogenkarten. Don't Licking genauso. So, und dann sind wir hier schon beim Hank Hill und Phillip J. Fry, die natürlich beide auch mega geil sind. Also diese Box hier ist absolut empfehlenswert. Das Ding lohnt sich total, ja, und, ähm, kann ich euch echt nur empfehlen. Die Box ist mega, 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 mega geil. So, ähm, dann geht's weiter. Dann kommen wir hier in die, Karten hatten wir jetzt schon. Gehen wir in die Meisterschaft rein und dann schauen wir uns mal die erste Combo Mastery an. Das ist hier der DJ Klaus. So. DJ Klaus, das ist dann, das da. So, und schauen wir uns mal die DJ Klaus an. Ja, irgendwie mache ich gerade ein bisschen, wie es lebe ist, weil ich schon, okay. So, haben wir den DJ Klaus und dann ziehen wir das Ding mal runter. Der ist halt Schrott. So, es tut mir leid, Maxi, Max, es tut mir leid, aber guck dir die Combo an. Also ehrlich, wenn ich mir überlege, was man da aus einem Pimp and Slay machen kann, da ist nix hier, was dabei rauskommt. Gar nix, null, nada, niente. Rotze. Nicht gut. Nicht schön. Nein, nein, nein. So, oh, jetzt habe ich schon die nächste Combo geleakt. Combo Recipe Cards, gehen wir mal hier zurück. Nächste ist die Skydiving Peggy. Ziehen wir uns die mal rein. Die Skydiving Peggy. Und, ja. Das hat mit Flugkarten, ist jetzt nicht wirklich der Oberburner. Na, also. Lohnt sich nicht. Brauchen wir auch keine. Boah, auch nichts für auszugeben. So, dann geht's weiter. Dann sind wir hier bei einer Combo, die richtig, richtig geil ist. Ja. Die ist wirklich geil. Die lohnt sich absolut. Das ist der Hank Hill Running Back. Ja. Also, wenn man sich das Ding anguckt, hier. Achtfach Craze. Dann hast du hier das durchbrechen bei der Mauer. Und dann hast du Revanche. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen, wenn ich mir das anschaue hier. So ein Angriff, gleich schon 11fach Craze, hat er 31. Ein Runde später hat er 42. Hier 19, 12, 31, 43, und das ist nur, wenn du das Ding, wenn du den Hank Hill noch nicht mal Quad-Fused hast, ja. Also, wenn der Quad-Fused ist, sieht die Sache wahrscheinlich nochmal, wir können hier mal ganz kurz was machen. Maxed Out, was dann passiert. So, hier Maxed Out, da sieht man's dann, da hast du 21, 14, 35, gleich von Anfang an, dann hast du den nächsten 49 Angriff, wenn er nur eine Runde überlebt. Das ist natürlich hart. Und wenn du da jetzt noch die Combo-Mastery draufklopst, dann ist das auf jeden Fall ein Ding, was wehtun wird. Also, Hank Hill, Running Back, lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die Kunstkarten im Deck haben. Und ein Hank, selbstverständlich. Ansonsten, klar, lohnt sich's nicht. Und, ähm, ist wirklich schnell eine Combo, die ich empfehlen kann, ja. Dann haben wir hier, die werde ich mir aber auch selber holen. Also, dann haben wir hier, ähm, als nächstes noch, ein Baby Quagmire. Und, den schauen wir uns jetzt auch mal an. Und da wird man schnell feststellen, dass aus einem Quagmire in Müssig mit Rogers Kleiderschrank plötzlich hier ein Quagmire ohne jegliche Effekte wird. Der wird einfach nur ein bisschen stärker. Er kriegt vier Angriffspunkte mit hinzu. Und ungefähr, also, und 19 Leben mit hinzu. Und dafür hat er gar nichts mehr. Er kann nichts mehr. Er kann gar nichts mehr. Außer da stehen, doof aus der Wäsche gucken, mit seinem Schnuller in Schießer-Feinriff-Unterhose. Und heulen. Das war's. Mehr kann er dann nicht mehr. Und so, also, warum sollte man dafür 1000 ausgeben? Käse. Jo, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Und, wenn es euch fallert, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ne, kann man ja schön, kann man doch zeigen, wenn einem was gefällt. Falls ihr es noch nicht getan habt, helft uns weiter nach oben zu kommen. Und abonniert den Kanal. Läutet die Glocke, wenn ihr über unsere neuen Videos informiert werden wollt. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir nehmen wir einen Gleichmaßdruck. Bis dann und tschüss.